Heiter, was geht ab Leute? Team Abelt hier. Heute wieder mit der German Yuki Tube League. Und da hat uns mal Steve vertreten. Wir waren echt verzweifelt. Lorenzo auf einmal hatte Internetprobleme. Keiner konnte. Und dann ist Steve zum Glück angetreten. Richtig spontan. Mal schauen, wie er sich geschlagen hat. Er hat dagegen den Death Row YouTube gespielt. Steve überraschenderweise extra 7o nach. Der Death Row YouTube Klee Anti. Wie ist das Match-Up so? Weißt du das? Ne, weiß ich nicht. Aber Moment. Ne. Er kommt drauf an. Wenn Klee Chaos-Straphole und so weiter zieht und anfängt, schaut es nicht so gut aus. Aber Gegner fängt an. Er aktiviert Pot of Duality. Und man sieht gleich Cut of Demise. Er nimmt nicht Cut of Demise. Er hat keine Monster auf der Hand. Wer weiß. Er hat keine Monster auf der Hand. Wer weiß. Er ist überrascht. Also den Zug vom Klee-Spieler verstehe ich überhaupt nicht. Er hat keine Monster. Er kann alles setten. Wieso nimmt er unbedingt Rivalität? Hat er so Angst, dass der Gegner OTK hat? Keine Ahnung. Ja. Steve beschwert einfach Red Layer und direkt 2.000. Ja, Steve geht halt auf Beatdown. Er hat wahrscheinlich bemerkt, dass der Gegner keine Monster hat. Und 2.000 ist ein guter Schaden. Wenn der Angriff viermal durchkommt, ist es halt Game. Steve sein Hand ist auch stark ausbaufähig. Beide haben nicht so gut gezogen. Ja. Aktiviert wieder Pot. Wie man sieht, sehr gut für Konstanzprobleme. Es kommt wieder Cut of Demise. Alter, ich bin echt gespannt, was er nimmt. Er nimmt das Monster. Alter. Alter. Sorry Steve, aber ganz ehrlich, ich sehe ja beide Hände und so. Wie konntest du gegen... Oh mein Gott, nicht spoilern Baugisch. Was konnte hier passieren? Ich check's gerade nicht. Beide aktivieren ihre Storm Forces. Genau, zum Opfern. Jetzt kommt der Effekt vom Klee, oder? Ja, aber das ist der Schildzauber der Fall, also... Okay, er hat nichts auf dem Feld, ja. Relativ ausgeglichen, nur. Ja. Eigentlich hat jetzt Steve einen Vorteil. Oder Steve hat vier Karten, der Gegner nur drei. Und wenn ein Kontrolldeck im Nachteil ist, Karten Minus, kann er eigentlich gar nicht zurückkommen. Er beschwert Ero-Boss. Wie heißt der? Eidos heißt der. Ja, der Knappe. Was aktiviert er? Die Rivalität wird aktiviert, aber... Steve hat eh nichts. Ja. Bisschen Beatdown für 800. Selbst nach dem komischen Pot of Duality schaut's eigentlich gut aus für Steve. Ja. Schau mal der Gegner. Schau mal mal. Oh mein Gott. Oh saftiger Top-Tech, richtig unverdient. Richtig Glück. Richtig unverdient. Das ist echt... Aktiv zweimal Duality nimmt nicht Cut of Demise, aber Cut of Demise kommt trotzdem. Und dann auch noch Summoners Art für Scout. Perfekter Draw für den Klee-Spieler als Scout. Er kann jetzt alles auspacken, zahlt saftig 800. Puuuuh. Leide nicht Steve. Jetzt schaut's saftig aus für den Klee-Spieler. Der hat jetzt wie viel? 2-1 oder? Oder 2-4. Eigentlich hat er nur 1-8, aber DevPro hat da irgendwie so'n Bug. Also beim Replay wird das mit voller Artika angezeigt. Ach so, aber er hat nicht die volle Artika gekriegt, oder? Nein, er hat eigentlich nur 1-8. Okay. Und wie gesagt, wenn ihr so Bug sieht, könnt ihr das melden? Bei DevPro links unten. Also jetzt, der Bug ist nur beim Replay gewesen. Beim normalen Duell war's ganz normal 1-8. Ach so, okay. Der Gegner zieht wieder einen Monster, also... Der Gegner scheint wirklich nett so gewesen zu sein. Er war ja in unserer Gruppe, war wirklich nett, fröhlich. Deswegen kann ich gegen den nichts sagen, aber... Der hatte wirklich... Harten... Alter. Er zieht nur noch, Mann. Schau mal, er hat nur 1 Feld frei. Er zieht perfektes Teil, Scale. Den hat er grad gesucht. Ach so's... Echt jetzt? Ja. Ach so Monoli, sorry. Okay, jetzt hat er 3 Monster draußen. Er hat 2 Scales, 4 Sets. Jetzt kann er einfach rüber laufen. Steve hat wirklich... Oh, Strike wird aktiviert. Der DevPro geht runter auf 100 Lebenspunkte. Das ist vielleicht die Chance für Steve, zurückzukommen. Was wäre denn der Effekt von dem Lichttyp, dem Grave? Äh... Er kann Stomp... Also eine gebanagte Monarchenzauber, der Falle zurück auf die Hand holen. Okay, also sehr riskant. Dass er nur noch 100 Leben hat. Diesmal Strike hätte ich mir überlegt. Wenn jetzt ein Angriff durchgeht, müsste... Könnte Steve gewinnen. Vergesst nicht, die haben alle 1,8. Also das ist ein Bug. Die haben nicht alle 2,4. Mhm. Er zieht eine tote Karte nach. Oder? Ja. Er muss einen Monster vorzeigen, kann er nicht. Schaut ganz schlecht aus, Steve muss auf Defense gehen gegen ein Control Deck. Schaut gar nicht gut aus. Greift einfach an. Einer kommt durch. Also einer müsste durchkommen. Der hat doch noch einen Cut of the Mice verdeckt, oder nicht? Theoretisch schon, ja. Theoretisch schon, ja. Er wollte wahrscheinlich halt Schaden durchbringen. Er hat eh alles voll. Ja, kann man verständlich. War ein richtiger Zug. Aktiviert Cut of the Mice jetzt. Schau mal, was Steve zieht. Sein letzter Zug. Was kann er denn Top decken? Er braucht einen Monster. Oh, Pante ist ihm. Schaut gut aus. Jetzt kriegt er den Draw, den er braucht. Okay. Er bootet einen Klee-Monster vom Gegner für Redlayer. Und müsste einfach nur einen, also den in der Mitte angreifen. Und dann müsste es Game sein. Also Klee spielt wahrscheinlich keine Angriffsstopper oder so. Genau, ja. Keine Falle, die den angestoppt. Nur diese neue Mirror Force, aber die bringt jetzt nichts. Ja. Alle anderen Fallenkarten müsste er Lebenspunkte zahlen, also. Ich denke, der Angriff kommt durch. Und deswegen finde ich auch diese neue Mirror Force nicht so gut. Schau, du hast Control, du hast alles. Und jetzt brauchst du halt den Angriff schützen kann. Schau mal, kommt der Angriff durch. Ah, er hat diese Falle. Ja, die bringt nichts. Und die bringt auch nichts. Also, nochmal knapp geschafft, Steve. Gute Arbeit. Wie man sieht, Niko zum Beispiel die neue Mirror Force. Selbst wenn er die hätte, die hätte nichts gebracht. Warte, was macht der für Faxen? Nein, bringt nichts. Er ist tot. Er ist so. Er hat einfach nur aufgedeckt. Okay, Game 1 geht an Steve. Gut gemacht. Schau mal, Game 2. Gegner fängt an. Necro Valley, sehr gute Karte gegen Monarchen. Genau. Er hat schon wieder diese Spiegelkraft gesettet. Die bringt ihm jetzt auch nichts. Schau mal, Steve, seine Hand schaut gut aus. Abgesehen halt, dass Necro Valley stört. Mal schauen, ob er drüber kommt. Genau. Was hat alles geboordet, ist die Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Er hat ja nicht mit der Pantheism aktiviert. Wieso aktiviert er? Ah nein, nur einmal pro Spielzug, oder? Nein, nein, abwerfen zweimal. Öfters. Nur das aus dem Grave Bandage nur einmal. Wieso hat der nicht nochmal aktiviert? Keine Ahnung, vielleicht will er noch nicht. Wir machen das Man-Face 2. Ja, aber warum? Warum? Der Gegner hat gar nichts. Kein Monster. Pot of Duality. Mal schauen, was er nachzieht. Und da hat er wieder diese... Alter, schon wieder. Die Mais liebt ihn, Mann. Das ist echt zu krass. Diesmal nimmt das endlich. Ja. Hat er verstanden, dass die Plus 2 macht. Er zieht sehr gut nach. Sacrifice. Ja, aber ab nochmal. Genau ein Monster und Sacrifice. Einmal im Deck spielt man die. Und er zieht genau das, was er braucht. Er zieht sie nicht mal. Also ihr seht, wir leiden. Sorry, Steve. Aber gegen so viel Glück, kann man echt nicht gewinnen. Und, also er zieht ein Monster, Sacrifice und Monolith als Scale. Die perfekten drei Karten. Der Teil wäre vielleicht besser. Ja, Scout. Aber das wäre halt dann... Supersaftiger. Alles mit Soße dann. Döner mit allem. Problem ist, dass Gegner jetzt auch noch Chaos Trapol hat. So ist es. Die ist wirklich sehr stark. Sehr stark gegen Monarchen, ja. Vor allem gegen Monarchen. Monarchen gegen jedes Monster. Außer gegen Super Quantum Teil. Der ist Feuer, oder? Sacrifice triggert. Holt sich Scout. Ja. Das Problem ist, Steve muss so viel wegkriegen. Einmal Neck Rally, Scout. Ja. Ein, zwei Verdeckte auch noch. Ja. Möglicherweise Rivalität. Und zwei Karten auf der Hand. Also sieht echt nicht gut aus für Steve. Aktiviert Scout. Jetzt wird er wahrscheinlich ein bisschen Pendel-Action machen. Ja. Er holt sich Shell. Er macht Pendel-Summon. Die Frage ist, wie viele Twintwister hat Steve gebordet? Keine Ahnung. Er hat gar keine gezogen. Ich weiß, dass er nicht voll ausgebordet hat. Wieso nicht? Ich glaube, er kennt diese Karte nicht. Alter, voll aus. Dreimal seit... TBT Special Tag. Die hatte doch jeder dreimal. Ja. Also merkt euch, es gibt so viele Aids, Anti-Decks. Spielt drei Full-House im Side. Weil selbst wenn man zwei zieht, wenn einmal durchkommt, ist es Game. Deswegen, man muss die dreimal spielen. Es gibt sogar Straight Flush, die Karte. Okay. Kennst du die? Moment. Also Steve hat verloren. 1-1 steht es jetzt. Okay. Steve darf anfangen. Ja. Mal schauen, was der First Hand alles rauslegen kann. Ja. Schon mal Twintwister, was eigentlich sehr gut ausschaut. Aber... Tenacity. Wie heißt die? Tenacity. Er benutzt den immer zum Beatdown, der ist so eigentlich für XYZ. Ja. Eigentlich schon, also. Obwohl Steve XYZ immer noch spielt, hat er nicht einmal sein extra Deck angerührt. Ja. Also sehr traurig. Also jetzt wäre diese andere Variante viel besser. Theoretisch schon, ja. Gegen Klee, auf jeden Fall. Aber schaut sehr gut aus für Steve. Kann sich alles surgen. Er Twintwister. Das darf eigentlich nicht verlieren, das Game. Dachte ich mir auch, also. Eigentlich darf er das nicht verlieren. Ich hab's live gesehen. Ihr seht meine Leiden, also. Der Gegner hat halt... Cut of Demise ist das einzige, was vielleicht ein bisschen ihn zurückbringt. Aber Steve hat drei, fünf, sieben insgesamt Karten. Fünf auf dem Feld, zwei Handkarten. Der Gegner aktiviert Pott. Kickt wieder Scout. Kickt wieder Scout. Kickt wieder Scout. Ich muss schon sagen, also. Der DevPro YouTube, du kickst echt immer, was du brauchst. Er hat wirklich gut gezogen. Er kann dafür natürlich nichts, aber... Er hat unverschirmt gut gezogen eigentlich. Steve hebt seinen Twintwister natürlich auf. Aktiviert er nicht auf Scout. Er rüstet aus. Wie viel Angriff hat er jetzt? 2-1, oder? Ja, 2-1. 2-4 durch den anderen Step in der Zone. Ja. Er pusht alle um 300. Jetzt kommt Steve. Du hast mich echt enttäuscht. Blind Twintwister, oder? Ja. Ja. Das Problem ist, wenn ein Gegner Cut of the Mice aktiviert, ist es sehr wahrscheinlich, dass er viele Zauber nachzieht und die dann settet. Deswegen in dem Moment, du hat Twintwister nicht so gut. Vor allem gegen Klee. Da musst du diese Scales wegkriegen. Scout. Das ist wichtig, weil er hat dann keine Ressourcen, um irgendwas drauf zu machen. So ist es. Das ist das Wichtigste. Und Klee spielt auch viele permanente Fallen. Also vielleicht erstmal abwarten. Genau. Weil diese ganzen verdeckten Konterfallen stören dich eigentlich eh nicht. Weil du hast mehr Ressourcen wie er. Selbst wenn 1 zu 1 auch so schießt, dann letztendlich gewinnst du. So ist es. Er kann diesen Nachteil nur mit Scout ausgleichen. Deswegen Steve, tipp an dich. Scout hättest du wegschießen müssen. Selbst wenn du Endphase schießt, nimm Scout mit. Das hättest du machen müssen. Der Gegner zieht Warning nach. Ja. Aber Scout holt sich auch noch ein Monster. Also da siehst du Steve. Jede Grunde ein Monster. Ja. Er hat diese Falle. Er zieht 2. Skilldrain könnte bitter werden. Aktiviert Stormfort. Gegen Skilldrain jetzt wäre zum Beispiel Twin Twisters. Der Monster ist ziemlich gut gewesen. Rivalität. Eigentlich kein Faktor. Ja. Prime Monarch kommt. Steve kam nicht über das Monster drüber. Der ist mit Sacrifice ausgerüstet ist. Der Gegner kann sich jede Runde immer mehr aufbauen. Ja. Aber mit Kuraz hätte er schießen können. Aber er kann nicht wegen Rivalität. So ist es ja. Okay. Ja jetzt. Kuraz hätte krass aufgeräumt. Ja. Alter. Sieht so gut einfach. Jetzt einfach nochmal Pott. Für einfach noch eine perfekte Falle. Es wird eine perfekte Falle kommen. Lass mich raten. Welche Falle bräuchte er? Oh Emptiness. Oh alter Neck Rally. Er nimmt Neck Rally. Natürlich muss. Mit Skilldrain kommt er auch noch über Steve's Monster also. Ich sehe echt keinen Weg für Steve da zurückzukommen. Scout ist krass. Macht Plus macht das Deck dünner. Konstantin. Ja da kommt auch Skilldrain. Jetzt Full House. Show Full House. Er hat wirklich keine Full House geboren. Nein. Jetzt magischer Zylinder wäre richtig saftig. Ah er hat nur ein neues Leben. Er zieht wieder Stormfort. Wieso hat er die so oft? Die bohrt man doch raus gegen Klee. Man spielt die dann nicht mehr. Ich weiß nicht. Seine Monster triggern die fast alle. Okay er konnte halt Stealth opfern damit nichts triggert. Jetzt kommt Skilldrain ist einfach zu krass. Also Steve kann das Feld aufräumen aber nächste Runde einfach Panels sammeln. Es kommen so 4-5 Monster mit 3000 ATK und mehr. Und Steve hat nichts. Und Nico hat auch kein Skilldrain gespielt. Nee. Das versteht nicht. Unverständlich. Welche Effekte haben seine Monster auf dem Feld? Nix. Niko tipp an dich. Spiel mal Skilldrain main man. Schauen wir mal ob er das Deck überhaupt noch spielt aber. Jetzt erstmal Steve dran. Wird jetzt kassieren ja. Der andere ist bei Steven oder? Achso ja. Steve von TBT gegen Steven von TheDevPro. Ja. Jetzt Game vorbei. Alle Monster draußen. Das war's. Sorry Steve. Wir leiden mit dir. Natürlich. Auf jeden Fall. Aber das war wirklich machbar. Es war wirklich nicht. Er hat natürlich krass gezogen aber. Du hast nicht so viele aber 2 große Spielfehler gemacht. Der Gegner hat öfter. Das Problem ist. Der Gegner als Anti-Spieler darfst du diese kleinen Fehler nicht machen. Und der Gegner Steve. Auch wenn er ein netter Typ ist und so hat konstant kleine Fehler gemacht. Das ist eigentlich fatal. Eigentlich darf der Anti-Spieler nicht mehr gewinnen. Und du hast halt zwei große Fehler gemacht. Einmal war das mit Twin Twister und das andere war was nochmal? Twin Twister? Ich weiß gar nicht was du meinst. Ja auf jeden Fall war es ein großer Fehler und das hat halt gereicht. Das war das Duell. Noch mal Glückwunsch an Steven von TheDevPro. Wir stehen jetzt 2-2 in der Liga. Wir haben beide Tier 1 Matches verloren. Sehr traurig. Wir leiden. Mal schauen was nächste Woche passiert. Da spielen wir gegen RennerBrain. Also die nächsten 3. Hast du RennerBrain? Ja. Die nächsten 3 Duelle. Also Steven von TheDevPro. Danach RennerBrain. Und dann übernächste Woche gegen CreepFan. Welches Format ist? Die Gegner jetzt? 2 und dann 3. Also die 3 YouTuber mit den meisten Abonnenten in der Liga. Alle 3 gleich hintereinander. Ja vielleicht schickt Tong mal wieder mich rein. Ich habe ja einen Sieg geholt mit Lightzone. Schauen wir mal. Wenn es um kreative Sachen geht mit Decks. Mit der ganzen Hilfe von unserem großen Team. Da kommt eigentlich immer was Gutes raus. Und genau mein Tipp ist jetzt eingefallen von Steven. 3 Full House inside bitte. In diesem Format. Schaut bei Steven von TheDevPro ein. Vorbei. Und bis dahin leidet nicht. Äh. Pssst. Ähm. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Äh. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook Seite. Und leidet nicht.